Also Peter Fernandes, die Wohnung wunderschön, hat er gerade gesagt, aber vielleicht stehen die Ehren auf andere Sachen als wir. Wie auch immer, wir stehen auf seiner Musik, Outlines heißt das Album und Moon heißt ein Song, der als Single auch rauskommt im April diesen Jahres. In dem Song geht es um einen Mann, der nachts von einer Frau träumt, die wunderschön ist und die er auch in seinem normalen tagtäglichen Leben haben will an seiner Seite, aber er kann sie nie haben. Es geht so ein bisschen darum, Sachen, die man nicht haben kann, obwohl man sie haben will. Moon jetzt für euch, ein wunderschöner Song. Peter, thank you so much and have fun. So I curse at the day that stands in the way of the nighttime that brings me to you. And I pray for a sleep so dark and so deep To swallow me like a tomb Please come soon I'll bring you the moon if you do Please come soon My life's in the moon Last night we were dancing in the grand ballroom In a palace made out of spoons When you're dancing in the grand ballroom When you stop suddenly When you stop suddenly to ask of me Hey darling, do you think we're doomed Please come soon? Please come soon I'll bring you the moon if you do Please come soon My life's in the moon if you do 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 Please come soon Please come soon I'll bring you the moon if you do Please come soon My life's in the moon if you do Oh, 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 oh Dreaming about you, my love Last night I was dreaming of you In the morning light You failed to arrive In the morning you didn't come true Thank you so much. I think that's the perfect proof that music doesn't have to be loud. It can be very soft and very powerful. Thank you so much for that. You're going to be playing in Germany in the next couple of days on the 26th in the Café Bo in Cologne also im Café Bo in Cologne dann in Rosehip Cottage in Neuen Kirchenseelscheid dann in Düsseldorf im Talschlösschen und dann in Münster und alle Daten stehen bei ihm auf der Seite und seine Seite ist verlinkt auf unserer Seite auf NRW.TV Also man kriegt auf jeden Fall alle Informationen, die man braucht. Where do you see yourself in like 10 years? Do you see yourself sitting in the studio with a guitar? Do you think you might play with a couple more people sometime? I have played with more people and I really enjoyed it. So I don't know, yeah hopefully once I'm still playing music and writing music and alive and healthy I'll be happy in 10 years. Well I wish you that and I'm really sure you'll be playing music and be happy and thank you so much for being here today. It was lovely, have a year. Das hier ist das Album Outlines und es ist wunderschön. Kauft es für jeden Fall euch, wenn ihr Lust dazu habt und ansonsten vielen Dank für den Besuch und jetzt geht es weiter mit was ganz tolles. Mit Musik, mit weiterer Musik. Also viel Spaß dabei.